Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks zu einer weiteren Supertest-News-Ausgabe am Freitag. Und ihr seht richtig, ein Tier 6 leichter Panzer der Deutschen im Supertest, VK 2801 mit der 10,5 cm Kanone. Jetzt werden viele von euch sagen, Moment mal, wir haben ein VK 2801 auf Tier 6 als Deutschen Light. Ja, haben wir auch. Und jetzt werden noch ein paar andere von euch sagen, Wargaming, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Denn für die, die schon länger World of Tanks spielen, also seit mindestens 4 Jahren, wird der Panzer mit dieser Kanone einiges sagen. Kurz zur Erinnerung, mit dem Patch 9.18, der also hier im April, Ende April 2017 rauskam, Also vor ziemlich genau 4 Jahren, wurden die leichten Panzer massiv überarbeitet, es wurden Tier 10 Lights eingeführt und auch die Artillerien wurden mit diesem Patch extrem überarbeitet. Und was damals passiert ist, ist, dass Wargaming die Charakteristiken dieses Panzers oder ganz vieler leichter Panzer verändert hat, eigentlich aller außer den Premium Lights. Und sie haben unter anderem dem VK 28 die 10,5 cm Kanone weggenommen. Und jetzt testen sie ihn wieder im Supertest mit dieser Kanone. Was ich jetzt bitte hoffe, Wargaming, und das ist halt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos noch nicht klar, ob das jetzt ein Premium Panzer wird, oder ob sie einfach nur dem VK 28.01 die Möglichkeit als Standardpanzer geben, diese Kanone wieder drauf zu schrauben. Bitte, bitte Wargaming, ich hoffe es, ich will es gar nicht aussprechen, aber bitte lasst es einfach nur der Standardpanzer sein, der jetzt irgendwann die Möglichkeit bekommen soll, wieder die 10,5er zu spielen. Und bitte macht diesen Panzer nicht zu einem Premium Fahrzeug. Ich, also, ich sag lieber nicht, was ich da denken würde, oder was ich da gerade aktuell drüber denke. Wir wollen uns hier im Video mal die Stats angucken, ich kann aber schon ab vorab teasern, die Stats zum aktuellen VK 28 mit jetzt der 10,5er, die verändern sich im Grunde nur minimalst. Die Stats von damals vor 9.18, die wollen wir uns jetzt nicht so im Detail angucken, aber wir gucken mal ganz kurz drauf, um zu schauen, ob es wirklich die gleiche Kanone ist. Zum Glück ist 9.17 bzw. 9.17.1 die erste Version, die hier in der Datenbank von Tanks GG verfügbar ist. Und hier sehen wir schon die 10,5 cm Kanone KWK L28. 64 Pen auf der AP, 104 auf der Heat und auf der HE sind es 53 Pen. 350 der Alpha bei den normalen Granaten, 410 bei der HE. He, 0,55 die Genauigkeit, 2,3 Sekunden die Einzielzeit. Und das sind auch exakt die Werte, die wir hier jetzt mit dieser Supertestvariante sehen. Das Einzige, was sich jetzt ändert, ist im Grunde der Reload, aber darauf gehen wir gleich nochmal ein, wenn wir uns den aktuellen VK anschauen. Aber auf jeden Fall im Vergleich zum damaligen VK ist im Moment die Supertestvariante, die wir hier sehen, mit einem etwas längeren Reload gesegnet. Und dementsprechend geht die DPM etwas runter. Aber wir sehen ja auch hier, die Werte des Panzers haben sich auch von damals, also mit 9.18 halt verändert. Und dementsprechend brauchen wir uns jetzt gar nicht groß im Detail mit den Werten von damals beschäftigen, sondern wir schauen uns einfach mal die Werte des aktuellen VK an. Hier sehen wir jetzt den Vergleich der Werte mit der aktuellen Version. Und im Grunde kann man das hier ganz kurz zusammenfassen. Es ändert sich an dem Fahrzeug an für sich eigentlich gar nichts, außer wie gesagt die Kanone. Das Einzige, was ein bisschen schlechter wird mit der 10,5er, ist dann das Leistungsgewicht. Das liegt aber einfach daran, dass wohl die 10,5er ein bisschen schwerer ist als die 7,5 cm Kanone. Und dementsprechend geht einfach das Leistungsgewicht minimal runter von 26,73 auf 26,1. Aber die restlichen Werte komplett identisch. Die DPM mit der 10,5er, mit der AP oder der HEAT liegt bei 2.333, was verdammt gut ist. Aber klar, Durchschlagswerte müssen wir natürlich hier berücksichtigen. Wenn wir das Ganze jetzt mal für die HE ausrechnen, dann kommen wir hier auf einen Wert von 2.733. Das liegt aber weit weg von einem realistischen Wert, den man mit HE only erreicht. Und es setzt natürlich voraus, dass man mit jedem Schuss auch den Gegner durchschlagt. Was natürlich bei einer Durchschlagsleistung von 53 mm in den meisten oder eigentlich in allen Fällen nicht passieren wird. Wenn wir uns jetzt mal noch am Ende eine kleine Vergleichstabelle mit den aktuellen Lights auf Tier 6 anschauen. Alle haben hier leider nicht reingepasst. Dann sehen wir aber, dass einerseits natürlich DPM-technisch wir rein in der Theorie sehr gut dastehen. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, wir haben eine Trollgun. Selbst die Premium-Durchschlagswerte von 104 auf der HEAT-Munition kommen noch nicht mal an die Standard-Durchschlagswerte von den anderen leichten Panzern ran. Also klar, die Kanone ist auf HE only ausgelegt. Es sei denn, ihr spielt mal gegen 5er oder 4er Lights, wo dann auch mit einer AP oder mit einer HEAT halt mal was machen kann. Aber selbst dann ist man eigentlich mit 53 Penn immer noch gut bedient auf der HE. Und dann ist die Entscheidung, ob ich jetzt eine AP mit 64 Penn schieße oder eine HE mit 53. Naja, also ihr versteht, was ich meine. Kanonenwerte können wir natürlich jetzt hier nicht wirklich vergleichen. Was aber auffällt, die 64 Top Speed, die er hat, sind im 6er Vergleich relativ gut. Der Type 64, der hier hinten zu sehen ist, den müssen wir mal ein bisschen eigentlich ausgrenzen, weil das ein Premium-Leichter-Panzer ist und der halt nicht angepasst wurde. Das sieht man auch am Leistungsgewicht. Wenn wir uns das Leistungsgewicht anschauen, 26,1 PS pro Tonne, sehen wir, dass generell die leichten Panzer außer der Crusader vielleicht relativ eng beisammen liegen. Er jetzt hier aber in einem brauchbaren Bereich, also irgendwo relativ genau in der Mitte. Der Top Speed von 64 ist aber so gesehen relativ gut. Da kommt jetzt so der T-37 drüber mit 65. Klar, Type 64 mit 72, das Problem oder die Sache habe ich schon angesprochen. Auch die Panzerung, 50 mm, da klingt erstmal nicht viel, aber die Wanne ist leicht gewinkelt. Mit ein bisschen Glück kann der gegen andere Leits vielleicht auch mal was bouncen. Kommt natürlich ein bisschen auf den Winkel drauf an. Beim Tarnwert, klar, es ist ein fettes Fahrzeug, es ist ein hohes Fahrzeug. Es ist so ein bisschen ähnlich wie mit oben an der Spitze, wo ich über den Bulldog gesprochen habe auf Tier 8, der im Grunde so ein bisschen das gleiche Problem hat. Das Fahrzeug ist halt einfach durch seine Struktur und der Tarnmechanik oder wie halt der Tarnwert der Fahrzeuge ermittelt wird im World of Tanks ein bisschen benachteiligt. Dementsprechend ist der Tarnwert hier nicht mega geil. Ihr seht aber auch, die Differenzen oder die Unterschiede sind nicht extrem hoch. Und der T-37 steht hier tatsächlich noch schlechter da. Und mit 380 Metern Sichtweite ist er für einen leichten Panzer auf Tier 6 relativ gut, beziehungsweise richtig gut. T-21 kommt noch auf den Wert, Type 64. Alle anderen aus der Vergleichsliste sind hier schlechter als der VK-28. Egal mit welcher Kanone. Wargaming testet hier also einen Tier 6 leichten Panzer, der so in der Form schon im Spiel ist, halt nur mit einer anderen Kanone, die der Panzer schon mal hatte. Die spannende Frage, die sich jetzt eigentlich hier nur stellt ist, Premium oder einfach nur Standard-Panzer, der dann einfach die Option bekommt, die 10-5er draufzuschrauben? Es ist im Moment nicht klar. Ich hoffe natürlich, dass Wargaming eher den zweiten Weg wählt und nicht den gefühlt gierigen Monetarisierungsweg, weil das, wie soll ich sagen, also ich glaube, Wargaming weiß, dass einige Liebhaber dieses Fahrzeug gerne wieder mit der 10-5er haben möchten. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass Wargaming da leicht die Euro-Dollar-Rubelzeichen in die Augen bekommt und sagt, hey komm, klar, machen wir, testen wir, balance mal irgendwie mit der aktuellen Meta, mit den aktuellen Eigenschaften und dann sollen sie ihre 10-5er wiederbekommen. Ich kann mir das grundsätzlich nicht so schwer vorstellen, diesen Panzer zu balancen mit dieser Kanone und dann verkaufe ich den als Premium-Panzer. Aber bitte, 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 Wargaming, tut das nicht. Gebt dem Panzer einfach, dem Standard-Panzer, die Möglichkeit, die 10-5er draufzuschrauben und alle sind glücklich. Was sagt ihr dazu? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt, sind jetzt Ködö, Eirendal und Thomas und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher. Bis zum nächsten Mal.